Hallo Leute, hier ist der Fast Call. Also in nächster Zeit oder in letzter Zeit, einmal lade ich gar keine Videos mehr hoch. Das hat damit zu tun, dass ich in der Schule nicht so überragend bin. Und ich denke ja, stets alles, dass Schule einfach Vorrang hat. Und deswegen werden in nächster Zeit wenige, wenn überhaupt, welche Videos aufgenommen oder hochgeladen. Und ich hoffe, ihr versteht's. Und auf, keine Ahnung, man sieht sich, ich schaffe die Schule, wenn ihr das respektiert. Und, ja, man sieht sich.